Wir haben in unserem Stammtisch immer ein Format, das nennt sich Fragenhagel. Du wirst wahrscheinlich dir halb denken können, worum es geht. Einfach schnelle Fragen und schnelle Antworten. Und vielleicht können wir über die ein oder andere dann später nochmal reden und drauf zurückkommen. Ich gebe mein Bestes. Okay, also dann jetzt herzlich willkommen zum Fragehagel mit Florian Kahrt. Auf welchen Moment freust du dich bei deinem Comeback am meisten? Wahrscheinlich auf den Abpfiff, wenn ich es dann verletzungsfrei überstanden habe. 1 zu 0 oder 5 zu 4? Auf jeden Fall 1 zu 0 als Verteidiger. Jung gegen Alt, wer gewinnt? Mittlerweile muss ich sagen, Alt. Du gehörst zu? Alt. Zu sehr Alt. Dein bester Gegenspieler war? Thomas Müller. Dein bester Mitspieler ist oder war? Mein bester Mitspieler in Freiburg, Philipp Dienhardt in Magdeburg. Ja, muss ich schon sagen, barischartig wahrscheinlich. Dein Spiel des Lebens war gegen? Lotte in der 3. Liga mit Magdeburg. Das wichtigste Tor deiner Karriere war gegen? Gegen Mainz im Abstiegskampf mit Freiburg. Mein einziges Bundesliga-Tor. Das geilste Spiel in der Aufstiegssaison war? Gegen Waldorf-Mannheim. Magdeburg oder Baling? Ja, mit Familie dann schon Baling. Heimspiel oder Auswärtsspiel? Ganz deutlich Heimspiel. Ich bin Heimschläfer. Und letzte Frage. Mit welchem deiner Teams würdest du gerne nochmal eine Saison spielen? Ja, also ich würde gerne hier weiter für Magdeburg spielen können und nochmal auf den Platz kommen. Also das ist mein allererstes Ziel gerade aktuell. Okay. Okay.